Jo Leute und damit Willkommen zurück zu Sparks Challenge Mit Flash Und mit Zettos Ja Und bei was? Bei Sparks Challenge Ja Hab ich ja eben noch nicht gesagt Und das ist wieder bekloppt ein Projekt gesagt Ja aber diesmal nicht Ich hätte mich ja in der Hölle ausgelockt, stimmt der, da war ja was Ich weiß gar nicht was ich machen wollte War ja Levelfarm Da war ja was Ich hatt's voll vorbei gehabt Ja du grad Was wollten wir eigentlich machen? War Levelfarm Toll Das ist irgendwie, überleg mal wie lange das jetzt her ist Bestimmt zwei Wochen ne? Locker Na gut jeder hat sein Ding noch zu tun Ja Privat Und woanders Ja Oder stundenlang on sein und dann auf dem Server ganze Zeit rumhängen Ja oder das, das ist ja auch immer gerne Ja So Dun 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 Achja Tränke Jetzt bräuch ich die Liste für die Tränke Genau Dabei steh ich anscheinend Lin Wo haben wir sie denn? Der ist das Ding Wo haben wir sie denn Centros? Weiß ich nicht Da Der ist ja Feuerresistenz ich glaube das kommt davon weil ich meine texture packs in der liste drin habt dass da so ex tun gefehlt haben oder so an die jetzt mit drin sind so jetzt muss ich noch 13 13 ist lohnroter die ob ich statt dieses text von glows dann habe ich ein anderes also andere texturen und zwar von so text glaube ich ist das oder ein anderes du hast es gut ich habe einen hater gesagt ich mag hater da hat er nicht mehr kommentiert ich finde das zu geil einer hat auf meinen älteren singleplayer videos gepostet voll lang das ist so unsinnig und gehen voll langweilig schön für dich mich interessiert das ein scheiß dreck was beschreiben ehrlich sind hater sind alle neidisch und dann gibt es bei denen auf den kanal drei abos also irgendwie gegen abo gemacht haben und dann das noch das sind immer die besten das ist meistens so so warte mal für feuerresistenz machen hier neu ist geil dass ich mich doppelt über den hintergrund okay eigentlich nicht doch ich höre mich aber kann das sein dass sein hätte zu laut ist würde nach sein jetzt bitte jetzt für mich immer noch komisch noch mal jetzt jetzt geht das wieder ja weil okay alles klar ich habe dich letztes mal bei dem bei bekloppten projekt um 1,5 dezivild erhöht wenn glaube wenn das zu laut irgendwann wird dann sagt er hier centus hörst du dich jetzt doppelt so kann was daran dran liegt ein 2 auf der 3 dann tippt dann nochmal 1 2 3 eins, 2, 3 eins, 2, 3 eins, 2 3 eins, 2, 3 eins, 2, 3 eins, 2, 3 eins, 2, 3 eins, so ein paar stärkendtränke werden gar nicht schlecht habe ich aber gar keinen doch doch lohnrouten habe ich noch und gastrainer 12 ach genau die regeneration sollte ich eigentlich was das kann ich jetzt das trainer lange her irgendwo vertrag genau das trainer auf jeden fall die bräuchte nicht die strengte könne ich später machen die kiste da habe ich noch eine kiste was man machen wollte was denn ja wenn man so ist was machen level fahren wollte die schaden sofortiger schaden in der zentos jeden tag das habe ich wirklich aber deswegen schieben schaden genau so genaure nation und zwar machen dann noch nie noch mal den neuner trank er macht hier einmal bitte mit sonne hat es schon alle drei körper oder nee ich tue mir was tränke brauchen damit ich jetzt noch schön lange in der hölle bleiben kann und gar nicht jetzt brennen nacht da oben auf dem dach gegen die nama lagern ins bett ich bin batman hat ja auch externe gemacht ne für den community ich muss aber umstellen hatte mal niedriger was denn manchmal kommen den letzten setze nicht an das kann aber sein weil die abschweckung höher gedreht habe die generation zwei minuten den nehmen wir doch so dann den hier mann 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 es war mir und feuerresistenz stärker ich kann ja dann auch braune pilze mit dem man nicht irgendwie findet braune pinte wachsen bei der hosen in der hose die braunen pilze braunen pilze gifpilz trüffel 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 hab ich ey ich hab groene holz ich muss ja schon wieder holzfarben gehen ob sache ich finde den weg hier raus ich glaube die mannigkeit kostet quer durch die gegend ist egal das ist ja nicht mein problem nein es ist nicht hab ich fliehen stone jo mal fliehen stone wo hab ich den denn und hab ich den nur weggeschmissen jo mal stink stone stink stone sechs stück das kann doch nicht wahr sein wo hab ich den letzten rest bam dort und dort ich mach das ja nochmal so die musste man das mit dem fall nochmal anordnen hier ab schon habe ich gestern auch das problem gehabt wie war es jetzt ja dann nehme ich den bogen wieder mit tot schade eigentlich alles blaze wieder und die kann ich aber so abschieben wir brauchen ja du und ich nicht heulacaksın goldschwetter noch auch wenn ich probiere es noch gegeben habe ich noch hier gibt es mir mal ein server server ja heute ich brenne du brennst er du brennst brenn soll es wäre das wenn ich jetzt und sterbe so der hallo und ich glaube ich glaube ich habe hier lieber nein muss jetzt sterben nein ich muss nicht verzaubern wirst du ja mal endlich ans borne ich bin ja schon wieder als ruhig feuerresistenz danke wache durfte da dass du hast du nicht magma creams noch macht doch feuerresistenz tränke raus ich hab den spawner schon abgebaut egal mensch das noch ein bisschen den kraft hier bauen kann das klatsche wieder pigments hier big man es war meine folge wenn auch wieder voll langweilig was jetzt ja ich laufe zene und suche köpfe 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 so langweilig ja ich weiß ja ich weiß gar nicht habe ich entgegen Schwierigkeitsgrad muss ich auch gedreht ja mal die pigments da sind was immer noch auf schwer nee auch nicht grafikenstellung normal einmal auf friedlich machen und dann einmal auf schwer friedlich und dann reingehen und dann und dann auch schwer weil dann spawnt ja alles wieder neu ja ich weiß da hab ich das nämlich auch gemacht und da steht ja nichts drin dass man das nicht machen darf das ist aber cheaten nein das ist nicht klar du tust einfach alle monster weg die dann die keine wiser sind und holst wieder neue ran das können auch andere monster spawnen also das werde ich mal nicht sagen das ist ja schon fast wie cheaten gas halt die fresse denn wir müssen ein bisschen ein bisschen hässlicher jetzt ist es dunkel knock out bei der gas das war eigentlich so warum nicht okay jetzt ist es voll dunkel das war eigentlich das rein oder leiden das gas falsch ist natürlich genau so viele texer pexel extrem scheiße auch daher kam die farbe ok ein paar reingemacht gehabt so zum gucken das jut alte sparks das ist doch besser wenn die helligkeit drin ist das andere ist viel zu dunkel du weißt sowieso wie es nach hause geht nein weiß nicht nein warum okay das ist so ich weiß nicht wie es in der rücke noch bin ich nicht so das war's mit ihnen nerven sie mich nicht danke ich muss ein paar treppen mitbringen weil ich ganz genau weil sie wirklich nicht mehr warum mich haben heute rüstung oder schwert verzaubern habe ich war eigentlich schlecht aber rüstung kann ich auf jeden fall verzaubern trotzdem besser warum gegen den wilder kämpfen will gucken jetzt abgeht bis jetzt sehe ich noch nix was blind wäre würde ich gar nicht spielen blöd nö 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 blöd das erne lehtkopf haas glätt brennt so ich hab dich auch nicht aber schon wieder viel zu viel scheiße ja das war extrem jetzt sie so übermüdet war habe ich mir glaube das ging gar nicht mehr braune pizze braune pizze nein ich habe nicht in hose gewählt doch mal so viel braune pilze findest will ich mir schon gedanken machen ganz viele sind hier kann nicht in hose gewählt du willst in meiner hose rum aha das tu ich nicht ich auch zwei wizard ey es braucht doch nur einen kopf und zwei kopf meine ich kiss du aber nicht brauchst du nicht kiss du nicht brauchst du nicht kiss du nicht brauchst du nicht ich weiß ich krieg nur kohle und knochen ja das misty boah es soll einfach mal per wizard kommen hm pikman wo kommst du her pick your pick ouch oh von der gesprüngt ach das boah ich bin jetzt schon blind oder ich bin so schlecht ehrlich hm das ist ja magma cute sag ich